Träumten Sie je davon, auf den Pflastersteinen alter Städte zu wandeln, sich in der Pracht herrlicher Landschaften zu verlieren und in Europas kulturelle Vielfalt einzutauchen? Von den Alpengipfeln bis zu den Mittelmeerstränden. Europa birgt unzählige Entdeckungen. Begleiten Sie mich zu den 20 atemberaubendsten Orten Europas. Nummer 20 Lissabon, Portugal Am schönen Tejo-Fluss gelegen, lockt er mit seiner tiefen Geschichte und herrlichen Aussichten Besucher an. Dieses portugiesische Juwel, Startpunkt für mutige Entdecker vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, hinterließ ein Erbe in der Seefahrtsgeschichte. Beim Anblick des 16. Jahrhundertturms am Flussufer spürt man die Echoes alter Abenteuer. Erkunden Sie die beeindruckende Burg St. Georg, ein maurisches Juwel, das über der Stadt thront, und bewundern Sie den Panoramablick auf das alte Lissabon. Nummer 19 Gulfos, Island Begeben Sie sich ins Land aus Feuer und Eis, wo Islands atemberaubende Schönheit auf Sie wartet. Im südlichen Island, umgeben von rauen Landschaften, befindet sich das beeindruckende Naturschauspiel Gulfos. Dieses durch Gletscherwasser geprägte Wunder zieht mit seinem himmlischen Zauber in den Bann. Beobachten Sie, wie der Fluss Ulfis sich in einer dreistufigen Kaskade in die Tiefe ergießt und durch eine 35 Meter tiefe Schlucht fließt. Nummer 18 Athen, Griechenland Erleben Sie den Ursprung der Demokratie und den Anfang der westlichen Kultur in Athen. Diese historische Stadt, die bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückdatiert, ist durchdrungen von alter Weisheit. Wandern Sie durch die Akropolis, ein heiliges Areal, wo das Echo alter Zeiten in Denkmälern wie dem Zeus-Tempel, dem Dionysos-Theater und dem berühmten Parthenon lebendig wird. Nummer 17 Bucht von Kotor, Montenegro Entdecken Sie ein Paradies in Montenegros rauer Landschaft, wo sich die Bucht von Kotor wie ein verborgenes Flüstern zwischen den Gipfeln öffnet. Bewundern Sie die atemberaubende Aussicht, bei der kristallklares Wasser sanft die Küstenlinie streichelt, eingerahmt von altertümlichen Dörfern, die an den Felsen hängen. Wandern Sie durch die historischen Pflasterstraßen, entlang von orthodoxen und christlichen Kirchen, die als leise Zeugen von Jahrhunderten der Pilgerschaft und Besinnung dienen. Nummer 16 Piran, Slowenien Ein verborgenes Juwel an der slowenischen Küste, geprägt von venezianischer Architektur und reicher Geschichte. Spazieren Sie über den charmanten Tartiniplatz und genießen Sie die atemberaubende Aussicht von den historischen Stadtmauern. Erkunden Sie die Vergangenheit im bekannten venezianischen Haus und besteigen Sie den Glockenturm der St. Georgskirche für einen umfassenden Blick über die Adria sowie Italien und Kroatien. Obwohl Piran möglicherweise keine Sandstrände hat, bietet seine felsige Küste eine einzigartige Sonnenbaderfahrung entlang des Meeres. Nummer 15 Venedig, Italien In Venedig strömt Romantik wie Serenaden durch Kanäle, lockt Reisende in eine ewige Umarmung. Entlang des Canal Grande gleiten, umgeben von italienischen Liebesliedern, ein Lob an Venedigs unendliche Leidenschaft. Starten Sie Ihre Reise am Markusplatz, überwacht vom Dogenpalast, Symbol venezianischer Herrlichkeit. Besteigen Sie die Spitzen der Markus-Basilika und bewundern Sie den Rundumblick auf die Wasserwelt. Überwinden Sie die historischen Brücken, die den unerschütterlichen Geist Venedigs bezeugen. Nummer 14 Budapest, Ungarn, wo jede Ecke von der Stadtmajestät erzählt. Von der imposanten Donau bis zur beeindruckenden Architektur, die Barock, Neoklassizismus und Jugendstil vereint, zieht Budapest mit seiner Anziehungskraft an, erkundbar durch Gratisführungen, Besuche von Sehenswürdigkeiten wie dem Heldenplatz oder einem entspannten Picknick im Stadtpark, ohne das Budget zu überschreiten und tief in das lokale Leben einzutauchen. Nummer 13 Alhambra, Spanien. Erleben Sie den Zauber dieser atemberaubenden Palastfestung in Granada, Spanien. Entdecken Sie diesen beeindruckenden Komplex, wo einst christliche Monarchen wandelten und Kolumbus sein Schicksal entdeckte und tauchen Sie in Jahrhunderte der Geschichte ein. Bestaunen Sie die einzigartige Verschmelzung architektonischer Stile und erliegen Sie dem Zauber der Kunst und Gärten. Nummer 12 Florenz, Italien. Berühmt für seine Enthüllung von Renaissance-Geheimnissen und als Leuchtturm, der Europa aus dem Dunkel führt. Die Uffizien und die Akademia präsentieren Michelangelos meisterhafte Werke, während die Ponte Vecchio-Geschichten flüstert, während man ein Gelato genießt. Erleben Sie die Pracht des Pitti-Palastes, ein Symbol für die Herrlichkeit der Medici. Bestaunen Sie das architektonische Wunder des Doms und entdecken Sie Florenz in seiner ganzen Pracht. Nummer 11 London, Vereinigtes Königreich. An Orten, wo Paläste vergangener Monarchen Geschichten flüstern, übt die Vergangenheit eine unwiderstehliche Anziehung auf Besucher aus. Vom majestätischen Buckingham Palace bis zum imposanten Tower of London offenbart jedes Bauwerk ein Stück britisches Erbe. Erleben Sie das lebhafte Stadtleben beim Bummeln von Knightsbridge bis Carnaby Street. Mit der berühmten Tube erkunden Sie mühelos Londons Straßen und entdecken die Verschmelzung von Moderne und Tradition. Nummer 10 Berlin, Deutschland. Entdecken Sie Berlin, ein Zentrum voller Innovation und Kultur, in Europas Herzen. Erleben Sie die tiefe Geschichte und lebendige Gegenwart, wo sich Eleganz und Stadtleben vereinen. Besuchen Sie die Eastside Gallery, den berühmten Abschnitt der Berliner Mauer, der mit Graffiti geschmückt ist. Als Europas Partyzentrum bietet Berlins Nachtleben, Bezahlbarkeit und unbegrenzte Aufregung. Nummer 9 Amsterdam, Niederlande. Eine Grachtenfahrt in Amsterdam zeigt eine charmante, geschichtsträchtige Stadt. Erleben Sie die bewegenden Geschichten aus Anne Franks Tagebuch in ihrem Versteck. Wertvolle europäische Meisterwerke finden sich im Reichenmuseum, während das Rembrandt-Haus und das Van Gogh-Museum künstlerischem Genie Tribut zollen. Entdecken Sie in der Heineken-Brauerei die niederländische Kultur, genießen Sie exquisites Bier und ein Erbe, das über Generationen weitergegeben wurde. Nummer 8 Prag, Tschechischen Republik. Diese Stadt, bekannt für ihren einzigartigen Charme und ihre reiche Geschichte, wird als eines der führenden Touristenziele in Europa angesehen. Die Prager Altstadt, gezeichnet von Kriegsnarben, verführt mit ewiger Schönheit und reichem Erbe. Wandern Sie durch die Fußgängerzonen, vorbei an der berühmten Prager Burg, durch das historische jüdische Viertel und über die charmante Karlsbrücke. Erleben Sie das lebhafte Nachtleben am Wenzelsplatz, wenn die Sonne untergeht. Nummer 7 Istanbul, Türkei. Wo Ost auf West trifft, erleben Sie eine Stadt voller Kultur und Tradition. Von der Bosporusbrücke bis zur ikonischen Hagia Sophia, ein Symbol für Istanbul's reiche Geschichte. Erleben Sie die prachtvolle Geschichte des Topkapi-Palast und erkunden Sie die verschlungenen Wege des großen Basars, ein seit der Antike bestehendes Paradies für Schatzjäger. Nummer 6 Gairangerfjord, Norwegen. Entdecken Sie die atemberaubende Pracht des Gairangerfjords, ein verborgenes Juwel Norwegens, umgeben von unberührter Natur und klarem blauem Wasser. Erleben Sie eine bezaubernde Fahrt entlang dieses 15 Kilometer langen Fjords, umgeben von Wasserfällen und malerischen Dörfern entlang der Küste. Machen Sie sich auf den Weg, um die legendären Sieben Schwestern und die freien Wasserfälle zu entdecken und erliegen Sie dem himmlischen Charme des Brautschleierwasserfalls. Bestaunen Sie die Kaskade A, ein Symbol der Stille, Nummer 5. Umgeben von wilden Felsen, Spanien. Ein lebendiges Zusammenspiel aus alter Geschichte und moderner Architektur erwartet Sie. Bewundern Sie die architektonischen Meisterwerke von Antoni Gaudí, darunter die berühmte La Sagrada Familia, ein Symbol kontinuierlicher Entwicklung. Schlendern Sie entlang der belebten La Rambla und erleben Sie die vielfältige Kultur und Küche, die Barcelona zu einem mediterranen Juwel machen. Erkunden Sie den Puls Kataloniens auf den lebendigen Straßen und sonnenverwöhnten Plätzen Barcelonas. Nummer 4. Dubrovnik, Kroatien. Erleben Sie Dubrovnik, ein bezauberndes Kleinod. Klein, doch von großer Bedeutung. Mit weniger als 43 Einwohnern lockt dieses Küstenjuwel mit seinen historischen Mauern und maritimen Traditionen zahlreiche Besucher. Wandern Sie durch die geschichtsträchtigen Gassen, verziert mit Skulpturen, die Vallejos Erbe ehren, das alljährlich zelebriert wird. Erleben Sie Dubrovniks malerische Atmosphäre und tiefgreifende Geschichte, die Sie in eine längst vergangene Zeit mediterraner Herrlichkeit versetzt. Nummer 3. Santorin, Griechenland. Entdecken Sie die faszinierende Insel Santorin in der Ägäis, ein hochgeschätztes Ziel, das in führenden Reisemagazinen empfohlen wird. Umgeben von herrlichen Aussichten und aktiven Vulkanen bieten die idyllischen Dörfer eine Einladung zum Bleiben. Entdecken Sie die Schönheit der Führersklippen und kosten Sie lokale Spezialitäten, veredelt durch vulkanischen Ascheboden. Bestaunen Sie atemberaubende Sonnenuntergänge und lassen Sie sich von der magischen Atmosphäre der Insel verzaubern, die Santorin zu einem einzigartigen Zufluchtsort macht. Nummer 2. Paris, Frankreich. Die ewige Stadt der Liebe und des Glanzes, Paris, präsentiert eine Vielfalt an kulturellen Schätzen und gastronomischen Höhepunkten. Entlang der Seine, vom berühmten Eiffelturm bis zum prächtigen Louvre, birgt Paris historische und künstlerische Kostbarkeiten. Bewundern Sie Bauwerke wie Notre-Dame und Sacré-Cœur und genießen Sie Haute Couture sowie feinste Küche. Erleben Sie die Opulenz von Versailles und tauchen Sie auf Schritt und Tritt in den Pariser Charme ein. Nummer 1. Rom, Italien. Wo antike Wunder und moderne Vitalität aufeinandertreffen. Staunen Sie über die Größe des Kolosseums, dessen antike Mauern die Geschichten des Gladiatorenmuts widerspiegeln. Erkunden Sie die Vatikanstadt mit dem beeindruckenden Petersdom, verziert mit Michelangelos Kunstwerken und erwischen Sie vielleicht einen Blick auf den Papst am Mittwoch. In Rom verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart, was zu einer einzigartigen Entdeckungsreise durch die Geschichte und den Glauben einlädt. Falls Ihnen dieses Video gefallen und bei Ihrer Reiseplanung geholfen hat, geben Sie uns ein Gefällt mir und abonnieren Sie für mehr Infos unseren Kanal.